Am 22. August 2021 ist es soweit. Amazon fordert uns Händler auf, das Ursprungs- oder Herstellungsland unserer Artikel im Sellers-Vendor zu hinterlegen. Heute besprechen wir, warum wir das tun müssen, wie wir das abwickeln und natürlich, was passiert, wenn wir dieser Aufforderung nicht nachkommen. Herzlich Willkommen hier bei AMZ Pro. Mein Name ist Jens Lindner und ich bin dein Host auf diesem Kanal. Hier geht es vorrangig um die Produktion in China, den Verkauf auf digitalen Marktplätzen, wie zum Beispiel Amazon, eBay und ich hoffe zumindest auch auf deinen eigenen Online-Shop. Wenn E-Commerce-Themen für dich spannend sind, dann solltest du jetzt ohne Umwege den Kanal abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, den Daumen nach oben drücken, wenn du sowieso schon auf dem Weg nach unten bist und die Glocke. So veröffentliche ich kein neues Video mehr, ohne dich informiert zu haben hier über YouTube. Der 22. August 2021 ist ein wichtiges Datum für alle Seller, weil nämlich ab diesem Zeitraum sind wir obligatorisch verpflichtet. Und das Herstellungsland oder Ursprungsland unserer Artikel im Seller Central anzugeben. Viele diskutieren darüber, dass Amazon ja nur wissen möchte, woher unsere Produkte kommen, damit sie die selber nachproduzieren können. Das ist natürlich völliger Unsinn. Amazon weiß genau, woher unsere Produkte kommen. Ganz so auf der Nudelsuppe dahergeschwommen sind sie nicht. Aber es ist durchaus wichtig für grenzüberschreitende Lieferungen. Seit dem 31.12.2020, nach der Übergangszeit des Brexits, wissen wir alle, dass Großbritannien nicht mehr zur Europäischen Union gehört. Und das bedeutet, dass es hier auch komplett neue Zollvereinbarungen gibt. Für die Zollabfertigung in Richtung Großbritannien ist es sehr, sehr wichtig, dass das Herstellungs- oder Ursprungsland bekannt ist. Denn es gibt ein Präferenzabkommen. Und das besagt, dass aufgrund des Ursprungslandes auch die Zölle festgelegt werden. Und wenn Amazon weiß, woher die Produkte kommen, können auch hier ordentliche Anmeldungen durchgeführt werden. Das hat zur Folge, dass man vielleicht mit verminderten Zollsätzen oder sogar mit Nullzollsätzen die ganze Sache dann nach Großbritannien exportieren kann. Und eigentlich ist das ja eine ganz nette Sache, wenn man da halt keine Zölle drauf bezahlen muss. Versteht sich von selbst. Das Herstellungsland oder das Ursprungsland ist im Übrigen nicht der Ort, wo die Ware eingepackt wird und dann zum Endkunden verschickt wird. Nein, nein, nein. Das ist das Land, wo produziert wird. Also für die Private Labeler häufig dann China. Und das sind auch die Informationen, die Amazon im Seller Central gerne eingetragen haben möchte. Es kommt ja häufiger mal vor, dass ein Produkt in mehreren Ländern hergestellt wird. Das Land, was jetzt anzugeben ist, ist es das Land, was den letzten Arbeitsschritt durchgeführt hat. Also maßgeblich das Produkt verkaufsfertig produziert. Wenn ich beispielsweise einen Teil meiner Produkte aus Japan bekomme, aber in China wird das alles zusammengepackt und dann in die Europäische Union geschickt, dann ist das Ursprungsland selbstverständlich China, auch wenn ein Teil aus Japan kommt. Also ich muss mich da jetzt nicht irgendwie mit dem Spagat befleißigen. Was ist, wenn ich das Herkunftsland nicht kenne? Also bei den meisten Private Label Produkten weiß ich ja, woher die Ware kommt, weil ich lasse sie ja selber produzieren. Aber es gibt ja auch Handelsware, wo ich mir jetzt vielleicht nicht ganz so sicher bin. In den allermeisten Fällen steht es auf der Verpackung drauf. Und wenn es da nicht drauf steht, dann empfiehlt Amazon selber, frag doch einfach deinen Vorlieferanten. Der müsste es im Zweifelsfall ja wissen. Und wenn der es auch nicht weiß, dann solltest du einen Zollagenten zur Rate ziehen. Aber das Land muss auf jeden Fall angegeben werden. Und Amazon wird sich damit nicht begnügen, dass du sagst, ich weiß es auch nicht, woher es kommt. Das ist deine Bringschuld an Amazon, damit du da überhaupt die Informationen eintragen kannst. Jetzt gibt es sicherlich einige Seller, die sagen, hey, das interessiert mich alles nicht, weil ich verkaufe nur innerhalb von Deutschland. Ich exportiere meine Ware nicht in, nach Großbritannien oder sonst irgendwo hin. Dann muss ich die Daten ja wahrscheinlich nicht angeben. Na, das ist nicht ganz richtig. Die Information des Ursprungslandes ist bei Amazon obligatorisch. Also verpflichtend. Egal, wohin du lieferst und wohin du nicht lieferst. Die Argumentation ist, sie möchten einen einheitlichen Datensatz haben für alle Händler und für alle Produkte. Und jetzt mal angenommen, du hast einen Artikel, den du verkaufst. Nur in Deutschland. Das ist legitim, das kannst du auch so einstellen. Jetzt hängt sich aber jemand an diesen Artikel dran. Legalerweise unterstelle ich jetzt mal. Der verkauft aber nach Großbritannien. Das heißt, in diesem Falle, da muss auf jeden Fall das Ursprungsland oder Herstellungsland stehen, damit der, der sich eingehängt hat, nach Großbritannien liefern kann. Also es macht Sinn, dass bei jedem Artikel das Ursprungsland hinterlegt ist. Alleine schon der Datenvollständigkeit und natürlich der Konsistenz der Information auf der Plattform. Die Informationen zum Herstellungs- oder Ursprungsland legst du im Seller Central an und zwar dort unter Lagerbestandsverwaltung. Da kannst du hinten mit einem Button in die Bearbeitung des Artikels gehen und dort kannst du dann eben das Ursprungsland hinterlegen. Für jeden Artikel einzeln. Ich kenne einige Händler, die mehrere hundert Artikel bei Amazon gelistet haben und die müssten sich jetzt durch jeden einzelnen Artikel durchklicken und das Ursprungsland hinterlegen. Ist sehr zeitaufwendig und wahrscheinlich auch nervenaufreibend. Aber es gibt ja Gott sei Dank die Möglichkeit der Flatfiles. Das ist ein bestimmtes Excel-Format, was Amazon uns zur Verfügung stellt und da können wir Balk-Artikel bearbeiten. Also mehr als einen gleichzeitig, sondern hunderte oder tausende. Wer Interesse daran hat, wie so ein Flatfile funktioniert und eine kurze Erklärung haben möchte, der lasst es mich unten einfach in den Kommentaren wissen, dann drehe ich hierzu auch nochmal ein extra Video. Aber was passiert denn nun, wenn ich diese Informationen nicht hinterlege? Das ist ganz einfach. Amazon wird die Neuanlage von Artikeln ohne Ursprungsland überhaupt nicht zulassen. Das heißt, du kannst diesen Artikel ohne diese Informationen überhaupt nicht anlegen. Kluger Move. Was ist mit Artikeln, die es bereits schon gibt auf dem Amazon-Marktplatz, aber das Ursprungsland nicht hinterlegt wurde? Auch ganz einfach. Sobald du irgendwas an dem Artikel ändern möchtest, wird dir diese Änderung erst dann durchgeführt, wenn du das Ursprungsland hinterlegt hast. Also auch da kommst du nicht drum rum. Und nun kommen vor lauter Extra-Arbeit, die uns Amazon hier aufwirkt, noch zwei gute Nachrichten. Die erste Nachricht ist, wenn du es nicht tust, ist dein Seller-Account nicht in Gefahr. Amazon hat uns hoche und heilig versprochen, keine Accounts zu schließen bei den Händlern, die diese Informationen nicht hinterlegen. Und Punkt Nummer zwei ist, du musst es nicht per Zertifikat beweisen, woher dein Produkt kommt. Amazon glaubt dir das so, wenn du die Informationen im Seller-Central hinterlegst. Ob es der Zoll denn am Ende des Tages glaubt, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber eine Zertifizierung oder eine Dokumentation der Produktionsstätte ist bei Amazon nicht erforderlich und auch nicht vorgesehen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du bist auf den 22. August 2021 vorbereitet und hast hoffentlich schon alles abgewickelt. Lass es mich wissen, ob du es gewusst hast und wie du die Sache abwickeln möchtest. Und natürlich nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu drücken und den Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.